Nachdem bei Selfies der komplette Fokus auf eurem Gesicht liegt, solltet ihr euch auf jeden Fall für eine Sache entscheiden, entweder Augen betonen oder Mund. Auf gar keinen Fall beides. Essenziell wichtig bei allen Fotos, aber vor allem bei den Selfies ist es mit den Augen zu lachen und dabei ist es völlig egal was der Mund macht, Hauptsache die Augen lachen mit. Bei Selfies unbedingt immer die Haare aus dem Gesicht, also entweder nach hinten binden oder auf eine Seite legen. So sieht man einfach mehr von eurem Gesicht. Auch ganz wichtig beim Selfies machen die Haltung der Arme. Immer leicht über das Gesicht von oben, dann wird man auch ein bisschen schlanker und auf gar keinen Fall von unten. Das perfekte Selfie-Licht ist auf gar keinen Fall um 12 Uhr mittags mitten in der Sonne, sondern entweder im Schatten oder kurz nach Sonnenuntergang, denn dann wirkt die Haut richtig schön weich. Wenn ihr die Tipps und Tricks wirklich alle beachtet, dann werdet ihr ab sofort euer Instagram-Game richtig aufwerten.